So Freunde, heute geht es wieder um ein spannendes Schiff, welches auch wieder gesunken ist und die Idee kommt wieder von Jedor oder Jedor. Danke auf jeden Fall für die Idee an der Stelle und ich hoffe, dass das, was ich jetzt in diesem Video fabriziere, dir auch gefallen wird, denn ich bin ehrlich, ich habe jetzt nicht so viele Informationen gefunden, aber ich hoffe, dass das, was ich gefunden habe, wenigstens zufriedenstellend für dich ist und auch den anderen und auch dir, Jedor. Viel Spaß bei diesem Video. Let's go! So Freunde, das ist ein neues Video zu später Stunde jetzt für mich. Wir haben fast 3 Uhr. Ich weiß, das interessiert keine Sau, aber das wollte ich jetzt an dieser Stelle nochmal anmerken. Die Geschichte wie im Märchen das schöne Absaufen mit The Finest Hours. The Finest Hours soll angeblich, oder nicht angeblich, ist ein Film von Disney, in dem es sehr viel Wasser gibt und eine Rettungsmission, die in der US-Geschichte ihresgleichen sucht. Reicht das für den Kinobesuch? Nun ja, zumindest dann, wenn man auf Wasser steht. Meine Quelle diesbezüglich und hierfür ist ntv.de. Es ist 1952 vor der Ostküste der USA, tobt ein verheerender Sturm. In ihn gerät auch der Öltanker SS Pendleton mit einer mehr als 30-köpfigen Besatzung, ein Koloss von einem Schiff, der dennoch den Naturgewalten irgendwann nichts mehr entgegenzusetzen hat. Der Tanker bricht auseinander, das Heck treibt mit der Mannschaft an Bord im Meer und beginnt zu sinken. Nur wenige Stunden verbleiben, bis das Wrack und alle Menschen in seinem Inneren unweigerlich von den Wassermassen in die Tiefe gezogen werden. Es gibt nur eine Hoffnung, die Küstenwache in Chatham und ihre Männer. Trotz der Gefahr selbst, nicht wieder lebend aus dem Sturm zurückzukehren, bricht Steuermann Bernie Webber mit drei Kameraden zur waghalsigen Rettungsmission auf. Auf einem kleinen Holzboot wollen sie 20 Meter hohen Wellen trotzen und so viele Männer wie nur möglich von der SS Pendleton in den sicheren Hafen bringen. Dabei spricht für Webber gerade eigentlich alles dagegen, sein Leben zu riskieren. Er ist schwer verliebt und im Begriff seine Miriam zu heiraten. Ob sie sich jemals wiedersehen werden? Das basiert natürlich auf einer wahren Begebenheit. Deswegen auch dieses Video. Da die Geschichte des Films The Finest Hours aus der Disney-Schmiede auf wahren Begebenheiten beruht, ist die Antwort auf diese Frage unschätzt zu erraten. In den USA werden Webber und seine Mannen noch heute als Helden verehrt. Selten hat es bisher eine derart halsbrecherische Rettungsaktion auf dem offenen Meer gegeben. Auch wenn hierzulande vermutlich noch nicht allzu viele Menschen von diesem Ereignis Notiz genommen haben. Ich habe natürlich wieder einige Quellen durchsucht und sogar Wikipedia hat wirklich nur einen kleinen Artikel, der auf eine komplette Seite passt. Aber ich denke man hat vieles jetzt in diesem einen Artikel von NTV schon gehört. Jetzt gehen wir nochmal kurz auf den Wikipedia Artikel. Der besagt, SS Pendleton war ein Tanker vom Typ T2SEA1, der 1944 in Portland, Oregon, USA in die Warshipping Administration gebaut wurde. Sie wurde 1948 an National Bike Carriers verkauft und diente bis Februar 1952, als sie in einem Sturm in zwei Teile zerbrach. Die T2-Tankschiffe neigten bei kaltem Wetter dazu, sich in zwei Teile zu teilen. Der Untergang und die Rettung der Besatzung durch das Schiff zusammen mit dem Auseinanderbrechen und der Rettung seines Schwesternschiffes, Ford Maccair, ist das Thema des 2009 erschienen Buches The Finest Hours, die wahren Geschichte hinter dem gewagtesten Rettung der US-Küstenwache von Michael J. Togias. Togias Buch inspirierte den von Disney produzierten Film im Jahre 2016, die schönsten Stunden mit Chris Pine, der sich auf die Rettung von Pendleton konzentriert. Das ist so das Ganze, was ich gerade vorher vorgelesen habe. Jetzt kommen wir noch mal zu ein paar anderen Daten, nämlich der Name, wie gesagt, die SS Pendleton und die Operatoren und die Inhaber lasse ich jetzt mal weg, weil das sind viele einfach nur staatliche Unternehmen und nichts, was jetzt wirklich so in einer anderen Art geht, weil es ist auch kein Kreuzfahrtschiff, es ist halt einfach nur in Anführungszeichen ein Öltanker. Der Heimathafen war Portland in Oregon, erbaut wurde sie in der Kaiserwerft nun in Portland, Oregon. Die Hofnummer war 49, gestartet am 21. Januar 1944 und abgeschlossen ein Monat später im Februar 1944 und 52 dann außer Betrieb. Das Schicksal zerbrach in zwei Teile, anschließend verschrottet. Das Ganze war 153,62 Meter lang, die Tiefe war 11,94 Meter und sie konnte sogar mit der 6000 PS Dampfturbine 16 Knoten bzw. 30 kmh mit einer Besatzung von 41 Mann maximal erreichen. Also es ist echt ein cooles Schiff gewesen, sage ich mal. Also es sieht auch für einen Öltanker, sieht es eigentlich noch relativ gut aus, sage ich sogar mal. Ich weiß gerade nicht, warum ich so stottere, sage ich jetzt mal an dieser Stelle. Und ich bin ja eigentlich eher so der Freund von Kreuzfahrtschiffen, weil Kreuzfahrtschiffe haben irgendwie die meiste Eleganz, finde ich, und sehen auch am schönsten aus. Aber die SS Pendleton ist echt auch ein interessantes Schiff. Man kann jetzt wirklich nicht so viel zu diesem Zerbrechen als sagen. Sie ist halt zerbrochen, wie ich jetzt schon erklärt habe. Und ja, mehr und interessantere Sachen gibt es dafür leider nicht zu sagen. Das tut mir auch jetzt echt leid für Jedor, weil man kann echt nicht da viel sagen. Ich habe gerade hier vor das Video mit der Val Banera gedreht und da gab es schon einiges mehr zu sagen als jetzt zu der SS Pendleton. Es ist eine interessante Geschichte auf jeden Fall, dass sie auch in zwei Teile gebrochen ist, so ein bisschen Titanic-mäßig, aber mehr wüsste ich an dieser Stelle nicht, was ich sagen soll. Jedor und die anderen, ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht über das, was ich jetzt herausgefunden habe. Mein Name war Freddy und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao. Ciao.